Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part haben wir, ja, Frederick gerettet und dann haben wir gesehen, ach, guck mal, da sind neue Waffen von den Typen aus Fendl und, äh, ja, lass dir mal weglocken und standen wieder so im Abschnitt mit dem Tod. Aber dann kam Sophie, ist das wirklich jetzt Sophie? Wie wir sie kennen aus der Kindheit, sie hat sich kein bisschen verändert. Nur was ist jetzt das Problem? Natürlich kam sie und hat uns mal wieder gerettet. Es ist wirklich so, Sophie. Es kann nicht Sophie sein. Es ist unmöglich, Sophie ist weg. Sie hat sie tot sieben Jahre alt. Sophie? Aber ist es? Sie hat auch ihre Erinnerung verloren? Sie hat sie auch? Folle mich. Es ist etwas, das ich Ihnen zeigen will. Ab zum Bauern, ob sie sich daran erinnert. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Aber einfach nach diesem Baum macht mich... fühle mich irgendwie verrückt. Es ist wie nach etwas, was mir sehr wert ist. So, was das bedeutet? Du kannst nicht realen sein, Sophie. Ich meine, es macht keinen Sinn. Aber noch nicht, ich kann dich gar nicht vorstellen, als jemand anderes. Ich meine, du sahst einfach wie sie. Wow. Also, was passiert jetzt? Willst du mit uns zurückkommen? Das wäre besser. Es ist wirklich gefährlich hier. Okay, dann gehen wir zurück. Ich bin wieder zurück. Ich beginne mich über die anderen. Ja, gehen wir. Ein Soferius? Hier ist noch für die Ego- Titel. Ich bin noch nicht sicher, wenn es nicht so ist. Ich bin noch nicht weggezogen. Ich bin noch nicht sicher und ich bin noch nicht weggelebt. Das war eine Ableibe. Gerüchte-Fan? Pff, Alice hoch? Joggerin? X-Lemong? Oh Gott, die hat ja auch so viele Titel! Tales of Destiny! Routy! Ja, die kennen wir ja auch. Aus Killia 2. Alter Ego! Wir waren aber gerade dabei, das da zu machen. Was haben wir hier denn schon? Faustnovizin? Was lernen wir denn da überhaupt? X-Insekt. Es gibt Elif hoch, aber scheiß drauf. Back to the roots! Dafür, dass es hier gewütet wurde, sieht es aber recht friedlich aus. Sagt er, unter der Mitte sind keine Blumen mehr. Da waren sie vorher auch schon weg. Ich glaube, da waren überall Blumen. So. Sophies Opfer. So, woher kamst du? Ich glaube nicht, wir kennen eine Mädchen, die nur wie dich sieht. Hm? Ich verstehe nicht, was du sprachst. Wer bist du? Und Figuren. Nein, ich denke, das ist wirklich so. Sophie hat sieben Jahre altes sterben. Finde die Realität, stoppe die Dinge sehen, wie du sie wünschst. Und Sophie bleibt, wie Sophie war. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Eisbärchen. Kein Cherrygrad, wie ich so HP hatte, oder was? Jetzt könnten wir die Elif wieder während besser benutzen. Oder vergessen die Titel zu wechseln. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe. So. Tausendvoll wunderbar sind wir jetzt. Blitz haben wir erlernt. Ja, Träger des Lichts. Krias Angriff. Deswegen C. Flügelschlag. Oh Gott, so viel neu, Alter. Nehmen wir den. Einfach Reihenfolge nach. Weil ich keine Ahnung habe, was Vorteile wären und was nicht. So, Sherry. Nehmen wir mal wieder Duttier. Wir werden nicht verlieren. Der nächste Skid, oder das Skid, befindet sich jetzt nochmal in Land Hill. Das heißt, erstmal wieder nach oben gehen. Während man nochmal kurz das Glitzer einsammelt. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Das ist wirklich irgendwie ein Widerspruch. Da ist es drum. Zumindest Zeit, oder? Das heißt, ich müsste erstmal eine Szene sehen und dann backtracken. Ich meine, hier steht... Ähm... North Land Road folgen. Für die Szene. Und dann backtracken zu Land Hill. Aber hier ist gerade keine Szene. Was macht der Schene? Jeder hat sich zufrieden? Ja. Wir sind alle жив. Dankeschön. Aber viele Leute wurden krank. Dad. Mein Dad ist schuld. Ich werde dir helfen. Ich werde dein Vater besser werden, okay? Wo sind die Verletzungen? In der Stadt. Ich werde es sehen, ob ich mir helfen kann. Scheria hat uns alle ein Wunsch geholfen. Sie kann Menschen mit einem Wunsch behandeln. Es ist fast wie sie Lahn's Guardian Angel ist. Was ist mit Fendel? Sie haben zurückgebracht, aber sie sind noch in Lahn's Bordern. Sie haben ein Wunsch behandelt, gerade in front der Bordern. Wenn wir diese Wunsch behandeln, werden wir sie nicht wegnehmen. Wir haben eine Intelligenz? Ja, ich habe ein volles Wunsch behandelt, der Herr... ... zu dein Vater. Gut, ich werde es sehen, als ich nach Hause zurückgekommen. Eine weitere Sache, Frederik und Frau Carey sind für Sie in der Manor. Ich verstehe, ich werde sie direkt nach ihnen. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Sie sind ziemlich die Nachwuchs. Aspel? Nein, egal. Es ist nichts. Lass uns nach Hause gehen. Sieben Jahre. Bald könnten wir mit 180 das Dingsbums machen. Fell! Zerschmettert in der Knochen. Knochenleim. Moscher Reißzahn zum Horn. So ein Horn. Okay. Wasser der Vergebung mit gewöhnliches Metall. Früchterkristall. Okay. Schweinefleisch mit Pasta. Oh, Yakisoba Nudeln. Pasta mit Ei. Pasta mit Ei. Pastetenteig mit Ei. Und das wär's. Ah, ne, Feuchterkistall mit Äh, ist das Katana besser? Wir haben 40, 22, 77 Definitiv ist das besser Umwandeln Umwandeln ist eine Form des Dualisierens Bei der ein bestimmtes Material mit einem Ausrüstungsstück ein völlig neues Ausrüstungsstück gibt Alle Aufwertungen der Originalausrüstung werden auf das neue Stück übertragen Nur leider nicht mit denselben Werten, wie ich gerade gesehen habe Katana, Angriffsscherbe Geist 2 Qualität Hard Neu, Solen und Gemein Gemein klingt gut Geist 2 und Erfrischen Ich nehme einfach mal Gemein rein Krias Angriff plus 17 und Ausweichenschance auf Escaro 24% Das gefällt mir doch Wo gehe ich jetzt eigentlich nochmal hier hin? Ah, was soll's Ab nach Hause Die Waffe habe ich jetzt ausgerüstet, ne? Ne Ich finde es auch immer cool, wie sich das Schwert dann auch ändert Lange ist's her Ich mag diesen Ort hier irgendwie Asbel Asbel Ja, ich bin so sorry Wir können einfach nicht warten, für Ihre Rückkehr. Ihr Vater kämpft sehr, 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 und sterben, um seine Haus zu retten. Ich hoffe, dass es für Sie ein bisschen komfortziert ist. Ich verstehe. Danke, dass du da bist, während der letzte Zeit. Du bist zu nett. Asbel, bitte. Bitte nicht uns wieder zu verlassen. Du musst bleiben und regeln in deinem Vater. Wir haben nicht mehr woanders zu gehen. Du bist zurückgekehrt. Das ist, warum du zurückgekehrt hast, richtig? Ich kam zurück, um zu sehen, ob du etwas brauchst. Und um die heutige Kondition der Lohn. Asbel, du kannst nicht wieder zurückgekehrt. Nicht nach allem, was passiert. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich... Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich brauche Zeit, um zu denken. Wir haben deine Wohnung gelegt, wie es war. Bitte fühle dich frei, um es zu nutzen, wie du möchtest. Danke, Frederic. Sophie, ich werde meinen alten Wohnung ausprobieren. Willst du kommen? Asbel. Ich bin sorry, Mom. Die ganze Beziehung sind irgendwie nicht das, was sie immer waren. Diverse Blumen. Ich frage mich, wie man in diesem Spiel Sidequest starten kann. Und ab wann man sie starten kann. Willkommen zu Hause. Ja, ja. Kann ich hier irgendwas stehlen? Prinzessinnen-Geschichten. Okay. Hier sollte doch eigentlich auch irgendwo ein Bericht sein. Oh, haben wir diese Passwörter. Zwei Truhen mit Passwörtern haben wir jetzt schon. Ich weiß nicht, ob wann man die bekommt. Oder ob das wirklich ist, wann das Spiel mal durchhört, weil man sonst sowieso nicht mehr zurückkommt. Das weiß ich gerade nicht. Und zwar wirklich nicht. Ich würde jetzt am liebsten gucken, ob ich zurückkann, aber ist wahrscheinlich nicht so. Dad. Wir hatten niemals eine Chance, uns zu verstehen. Wenn ich nur wusste, wie schlecht die Dinge hier waren. Wenn ich nur akzeptierte, dass meine Rolle als dein Freund. Dann hätte ich nichts davon passiert. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich? Ich habe sieben Jahre zu trainieren für Knapp. Und jetzt bin ich fast da. Ich wollte, dass ich stark sein kann, um zu retten zu retten. Aber ich konnte nicht retten, ob ich jemanden. Ich konnte nicht retten, ob ich? Nicht sogar mein eigenes Vater. Und dann hat er, retten zu retten. Menschen. Protect. Protect. Everyone. You know, it's because of you that I wanted to be strong in the first place. Me? I mean, sorry. I guess I think of you as Sophie, you know? This is so weird. It's like I've gone back in time. But I think I know my answer. I think I've always known it. From the very beginning. Thanks. I think you helped me figure some things out. Kopfpattpatt immer wieder. So, unser altes Zimmer. Man, it's been a while since I've been in here. Was it always this small? I brought you some tea, Lord Asbel. Perfect timing, Frederick. Would you please mail this letter for me? My Lord! This is a letter of withdrawal from the Knight Academy. I will become the next Lord of Launt. It is my duty as Aston Launt's firstborn son. I shall inform Lady Carey immediately. She will be overjoyed. Sure. Oh, one more thing. I've heard about a report outlining the Fendolian Army's encampment. It's waiting in the study, my Lord. Shall I escort you there? That would be perfect. For my sins... ... ... ... ... ... ... ... wirklich mal aufräumen. Das hast du vor sieben Jahren schon mal gesagt, glaube ich. Ah. Ah ja, was soll's. Es bleibt, wie es ist. So, im nächsten Part werden wir dann den Bericht angucken und einen Plan schmieden, whatever. Ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, viel Spaß und Tschüss.